Zum Spiel. Wir haben hier ein übliches Dr. Wibber. Jeder Schirr hat es schon mal genutzt, um zu trainieren. Es ist maßstabsgetreu, sobald ich das weiß. Naja, eher weniger. Und wir fangen an, wie der Rebecca da vorlegt. Wir haben beide nur eins. Deswegen, Sie haben die Zeit vorlegt, lasse ich da hinsetzen. Und zwar haben wir ein andersübliches Dr. Wibber von... Ist das was? Jedenfalls, wir ziehen uns auf Zeit, versuchen, so schnell wie möglich das Spiel zu besiegen. Kennt jemand Dr. Wibber nicht? Okay. Klar. Hab ich nicht erwartet. Okay. Jedenfalls, das Dr. Wibber ist ein Spiel mit Batterie. Das heißt, wir haben eine Pinzette und man kann versuchen, die verschiedenen Teile des Körpers zu entfernen. Wichtig ist, dass man die Teile des Körpers entfernt, ohne die Pinzette an den Rand zu geraten. Und dann müsst ihr normalerweise die Nase auflegen. Und es gibt fünf Strafsekunden. Und ja, mehr oder weniger. Es geht darum, alles zu entfernen. Entschuldigung, nur fünf. Wir müssen fünf Strukturen entfernen. Wer schneller macht, hat gewonnen. Geil. Alles verstanden? Alles klar? Ist das die hellen Arme eigentlich? Also, wie schlagt den Rafe? Gehen wir zur Probe an den Rand? Oligweil. Ja, ist das. Alles klar. Wir haben mit Runde Nummer eins. Dr. Wibber. Ja. 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 Benki, 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 Benki 20 Sekunden! 20 Sekunden! 20 Sekunden! 20 Sekunden! Soll ich keine Zeit? 45 Sekunden plus 6! 45 Sekunden plus 6! Seine geile Zeit! Hey! Soll ich noch Zeit? So! Der Professor? Das ist auch der Professor! Präpariert! Besser das Licht! Besser das Licht vielleicht! Ah! Schlag den Mann! Ah! Jura geil! Das ist echt schwer! Wow! Ja! Jawoll! So! Sind Sie bereit? Haben wir ein gutes Stich? So! Und... Sch Teinten! Los! 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 Wo! 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 Ein letztes Gebet. Fünf, stopp. 37 Sekunden. Damit geht der Protokoll-Professor Mremmingel! So, unser Rimmer ist vorbei. Wir kommen zu Spiel Nr. 2. Und der Spiel Nr. 2. Wir bitten dir die Franziska auf den Liede. Und das Spiel Nr. 2 ist die Sektion Potato. Potato? Die Sektion Potato. Wir haben das Rund auf Kartoffelszieren genannt. Jawohl! So, wir haben natürlich den Spiel Nr. 2. Wir haben dort eine gewöhnliche Kartoffel. Und Sie haben natürlich eine Süßkartoffel. Das ist ein bisschen größer, aber Sie haben auch mehr Erfahrung. Sie dürfen sich gerne entscheiden, entweder die Große oder die Kleine. Sie dürfen auch die Hand benutzen, das ist Ihnen gleich. So. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass Sie sie unvorbereitet ohne die Zierklinie bekommen sind. Die Kontrahenten, aber okay. Muss man eigentlich stellen, was passiert. So. Wir bräuchten jetzt gerne den Hannes auf der Bühne. Hannes! 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 So. Ich möchte bitte, dass der Hannes noch schnell die Hautschnitte vornimmt. Wir haben hier schon ein Präparatbeispiel. Ich weiß nicht, ob es jeder erkennt. Nein! Nein! Es ist urban und hat ein Kreuz drin. So. Bitte die Hautschnitte. Bitte darauf achten, in der richtigen Schicht zu bleiben. Wir müssen hier schon helfen, sonst ist das Schmerzleistreparieren nicht möglich. Auf geht Hannes! Gott, Hannes! Gott, Hannes! So. Das muss einige Mal vergleichen. So. Und, äh... Also jetzt 1 gegen 1. Wer zuerst fertig ist, sind sie bestätig hinlegen. Hände hoch und sagen fertig, dann passt das. Alle vorbereitet? Alle bereit? Okay? 3, 2, 1, GO! Oh, ein gutes Tempo! Oh, ha, 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 ha! Wuhu! 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 Arzteon! Wuhu! horrible people! often 백rass-fragzig! Was sah denn jetzt? ourdkeralern! Sie müssen genau wie der Mensch, sie kann auch nicht auf der Variable. Schau, schau, schau! En bloc, en bloc! Das ist die gute alte Schule, das ist ideal nach Lateralen. Das wird ein knappes Rennen. Die Gefäße unten drunter sind wichtig. Neue Klinge, neue Klinge! Go, 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 go! Ist die Masse dabei? Ich würde sagen, die Punkte selbst hat die Franziska gewonnen, aber wir können ja noch Präparatspunkte verteilen. Und äh, naja, das sieht schon sehr gut aus, muss man am Ende schauen. Hier sind relativ viele Stege stehen geblieben, wie man sieht. Ich finde aber die meisten wichtigen Äste sind erhalten geblieben. Ich glaube, wir können auf beiden Seiten drei Präparatspunkte verteilen. Und das sind heute sehr, sehr großzügig. Also, und der Mikro bei Studenten! Das ist heute! Ja! 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 Ja!